Bei mir ist jetzt Matthias Vornhoff, denn auch das ZDF-Politbarometer hat sich mit dem Thema Fremdenhass und Antisemitismus befasst. Guten Abend, Matthias. Guten Abend. Wie schätzen die Befragten die gesellschaftliche und politische Atmosphäre hierzulande ein? Der Anschlag auf die Synagoge in Halle, der hat die Wahrnehmung von Antisemitismus offenkundig verändert. Es gibt in Deutschland eine große oder sogar sehr große Judenfeindlichkeit, das sagen jetzt 38 Prozent der Befragten. Eine Mehrheit von 55 Prozent glaubt das nicht. Im Februar gingen nur 17 Prozent davon aus, dass es eine große Judenfeindlichkeit hier gibt. Dem Vorwurf, dass die AfD durch ihre Positionen und Aussagen mitschuldig sei an rechtsextremen Gewalttaten, stimmen 72 Prozent zu. Große Mehrheiten der Anhänger aller Parteien, aber nur 5 Prozent der AfD-Anhänger stimmen der These zu. Hat sich denn am Zuspruch für die einzelnen Parteien etwas geändert? Ja, es gibt tatsächlich einiges an Bewegung, auch weil andere Themen oben stehen, als vor drei Wochen beim letzten Politbarometer. Das war kurz nach dem Klimapaket der Bundesregierung. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 29 Prozent plus 2, die SPD auf 14 Prozent plus 1, die AfD 13 minus 1, FDP 6 unverändert, Linke 8 plus 1 und die Grünen 24 minus 3. Das einzige realistische Bündnis mit klarer Mehrheit bliebe damit schwarz-grün. Vielen Dank, Matthias Hornhoff für diese Informationen. Das ganze Politbarometer können Sie wie immer im Heute-Journal sehen um 22 Uhr.